Ja Leute, ich wollte es nicht an die große Glocke hängen, aber es ist was Trauriges passiert und zwar eine Fußballlegende, wirklich eine Fußballlegende. Ich habe mir das eben nochmal durchgelesen, das nimmt einen schon ein bisschen mit, auch das Leben. Rudi Assauer ist verstorben und er hat es damals geschafft mit Schalke wirklich fast gegen die Bayern zu gewinnen, die immer die Besten waren. Er stand auf Platz 3 mit Schalke praktisch und hat Hoop Stevens, so heißt er glaube ich, dazu verleitet, dann als Trainer zu agieren, glaube ich. Und ja, also das habe ich jetzt kurz überlesen, weil ich habe mich mit der Geschichte sonst beschäftigt, beschäftige mich auch mit Schalke nicht, weder mit den Bayern noch mit Schalke. Und ja, jetzt ist er nach langer Krankheit verstorben. 2012 kam seine TV-Dokumentation, dann hatte er auch noch eine andere Frau, die verließ ihn dann. Er war allein in seiner Villa und ja, starb jetzt wohl im Kreise seiner Familie. Und ja, sehr traurig, also hatte Alzheimer, eine schwere Krankheit, kann man nichts gegen unternehmen. Und sie wollten ihn noch später, als er dann krank wurde, auch irgendwie im Fußballverein dann aus dem Vorstand rausschieben. Das wollte er nicht. Sie haben ihn dann irgendwie Grüß Gott August genannt oder sonst irgendwas, weil er wohl jeden dann anfing zu grüßen. Na ja, das ist halt die Krankheit, Alzheimer, schlimme Krankheit und ja, wie gesagt, mein Beileid der Familie.